Ich bin besonders, ich bin besonders, halte es durch den Flur. Es klang wie ein glückliches kleines Kind, abgesehen davon, dass der Gesang einem unter die Haut ging. Ich, einer der Wärter der Anstalt, war zwar schon einiges gewöhnt, trotzdem bekam ich eine Gänsehaut. Wie noch nie zuvor. Ich wusste es schon, wer es war, der da sang. Jaden. Er war hier mit gerade einmal sechs Jahren gelandet, weil es seine Eltern und Zieheltern nicht mehr mit ihm aushielten. Mit fünf begann er immer merkwürdiger zu werden. Er malte Bilder mit nur einer einzigen Farbe. Rot. Und nicht irgendein Rot. Nein, es musste Blutrot sein. Sein Motiv war oft schwer zu erkennen, weil man es nicht erkennen wollte. Er malte seine Eltern. Und zwar tot. Das machte diesen schwer zu schaffen. Aber eines setzte ihn noch mehr zu. Er wollte nur rote Kleidung tragen. Eines Tages zogen ihm seine Eltern ein weißes Shirt an und ließen ihn im Kinderzimmer spielen. Als sie ihn kurz außer Acht ließen, kam er blutüberströmt zu ihnen gerannt und rief. Ich bin schön. Jetzt. Jetzt bin ich schön. Seine Mutter weinte sich Tag und Nacht die Augen aus und der Vater gab ihn zur Adoption frei. Als Jaden das mitbekam und fragte, wieso sein Vater das tat, antwortete ein Elternteil, Weil, weil du besonders bist. Ein ahnungs- und kinderloses Paar nahm ihn bei sich auf und gab ihm drei Tage danach in die Anstalt. Wieso sie das taten, das weiß keiner. Die beiden sprechen mit niemandem darüber und haben sich seitdem auch nie wieder ein Kind gewünscht. Der als psychisch gestört eingestufte Junge machte in der Anstalt anfangs keine Probleme. Aber irgendwann begann er, sich mit den Händen die Arme aufkratzen zu wollen. Jedes Mal, wenn er das tat, wurde ihm eine Zwangsjacke angelegt und man kürzte seine Fingernägel. Ich bin... Ich setzte einen Fuß vor den anderen. Näherte mich Jadens Zelle. Ich bin besonders. Der Gesang wurde immer lauter, brannte sich in meinem Gehirn ein. Mein Schatten begleitete mich, den weißen Gang hinunter, bis ich vor Jadens Tür stand. Sie war offen, also blickte ich hinein und blieb wie eingefroren stehen. Es war mir nicht möglich, mich zu bewegen oder ein Laut von mir zu geben. Was sich mir dort zeigte, war das Grausamste, das ich je gesehen hatte. Ein Werther lag auf dem Boden. Sein Blut bildete eine Lache, in der Jadens schaukelte, mit den Armen und Beinen um sich geschlungen. Der Gesang war jetzt nur noch ein Flüstern, kaum wahrzunehmen. Im Hals des Wärters steckte die Spritze mit dem Beruhigungsmittel für Jaden. Die Pulsadern waren aufgekratzt. Jaden muss ihn wohl gebissen haben oder eher zerfleischt. Denn als er seine Zähne wie ein wildes Tier zeigte, waren sie rot. Blutrot. An der Wand hatte Jaden etwas geschrieben, das zwar verlaufen war, aber ich konnte es trotzdem erkennen. Ich bin besonders. Ich bekam Panik und ohne dass ich es merkte, fingen Tränen an meine Wange hinunter zu kullern. Ich wollte rennen, bloß weg von diesem Monster. Aber meine Füße, nein, mein ganzer Körper fühlte sich schwerer an als je zuvor. Meine Sicht verschwamm. Der Schock war zu groß. Ich fiel in Ohnmacht. Während ich in Richtung Boden taumelte, verfluchte ich Jaden und hoffte, dass dieses Monstrum es wenigstens schnell beenden würde. Aber Monster tun nur selten das, was du dir erhoffst. Sie sind auch nur selten das, was du denkst. Und gerade glaubst du wahrscheinlich, es gäbe ihn nicht wirklich. Wenn du einer der ganz Mutigen bist, kannst du ja mal hoffen, dass er nicht nachts neben deinem Bett steht, mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Dass er nicht in dein Ohr sinkt, bevor du aufwachst. Ich bin das Land. Ich bin das Land.